Musik 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 Jetzt sind wir hier bei deinem Rhabarber. Wir haben hier den 24. April und der Rhabarber steht hier schon recht üppig. Er kann auch schon teilweise geerntet werden. Wir haben schon Silberrhabarber verzehrt und verschenkt an mehrere Leute. Gute Wachstumsbedingungen. Ja. Gute Wachstumsbedingungen. Gute Wachstumsbedingungen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020